So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Terraria. Oh yeah, hallelujah. Damit wir die jetzt einfach mal wechseln. Oh, 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 nö, 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 das geht nicht. Das geht schon mal gar nicht. So, genau, das ist gut. Okay, so. Was machen wir? Okay, 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 okay. Ah, Kobalt-Schild gepanzert. Hä? Ah, Moment, 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 Moment. Stimmt, genau, wir wollten diesen Obsidian-Schädel. Obsidian-Schädel, Obsidian-Schädel, Obsidian-Schädel. Ah, ja, ja, weil wir können machen, das können wir doch machen, oder? Warte. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Cool, oh, genau 20. Och, nö, komm. Och, nö, komm, oder? Och, nö, so ein Scheiß. Die würden zusammen 4, 3, 8 Abwehr geben, wenn ich die jetzt zusammen da reinzuche. Oh, mein Gott, Lord. Okay, warte, wisst ihr was? Wir können, gut, alles weg, alles weg, alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Ach so, ne, die, ne, die passen schon, die passen schon. Ach genau, da weiß ich, da brauche ich diesen Ballon, genau, das habe ich ja schon mal nachgeschaut. Okay, ich glaube, äh, ja, oder? Ja, genau, 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 genau. So, also, ich glaube, ich hole hier dieses Kobalt-Schild und... Warte, ich will jetzt mal das mit. Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt mal ganz ruhig, jetzt mal ganz ruhig. So, jetzt, okay, also, was wir jetzt zuerst machen können, ist jetzt, genau... Oh, oh, oh. Warte, ich tue die mal ganz kurz hier verstauen. Ja, so, okay. Wütend, plus drei Schaden, ja, komm, ist egal. Kobalt-Schild, macht die Mund gegen Rückstoße und gegen Feuerblöcke. Oh, das ist natürlich cool. Oh, das ist natürlich cool. Also, kann ich auf diesem Meteoriten-Stein und... Ja, das hat... Dann kann ich wahrscheinlich drauf laufen. Uh, yay, okay. So, ach, ich habe noch eine Statue. Ich habe noch zwei Statuen, was zum Teufel? Alter, das ist schon leicht hart. Okay, wir könnten theoretisch... Warte, jetzt wollen wir mal nachdenken, was ich jetzt mache. Also, entweder wir können jetzt da runtergehen, also wieder in die Hölle. Okay. Ich wäre dafür, dass wir nochmal zurück in die... In das Schlösslein gehen, weil da waren ja noch einige... Ja. Da waren noch einige Dinger. So. Ah. So. Oh mein Gott. Das ist jetzt die neue... Das ist ein neues Museum für... 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 Uh, cool. Jetzt... Ach, ich labe wieder zu viel Scheiße. Tut mir leid. So. Ich will mal schauen, ob man vielleicht hiermit was machen kann. Nö, leider nicht. Hiermit leider auch nicht. Und hiermit... Ah. Hier findet vielleicht... Auch nicht. Ach, komm, oder? Hier. Nö. Pistole. Ein Phönix Blaster. Heiß. Heiß. Ein Phönix Blaster. Ein Aquazepter. Die sind alle kaputt. Alle kaputt. Ah. So ein Scheiß. Ah. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt da runter. Wir gehen jetzt da runter. Ah. Äh. Okay. Jetzt. Warte. Wo sind die Waffen? Und die Waffen sind hier. Ja, genau. Hier sind die Waffen. Ja, genau. Hier sind die super tollen Waffen. Äh. Dann tue ich jetzt mal hier. Weil ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine zerbrochenen Dinger. Das ist mir viel zu schlecht. Ja. Ernsthaft. Wieder. Ach. Oh. Moment. Moment. Genau. Hier. Das muss ja hier hinter. What? Was ich denn da hier schon wieder mache? Okay. Habe ich sonst noch was vergessen? Ach. Stab. Hier den Stab. Naja. Das ist eine Waffe. In Anfangszeichen. Für mich nicht. Aber. Tun wir die jetzt einfach mal da hin. Weil. Ich brauche sie nicht. Eine Pistole. Ja. Nee. Komm. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Äh. Okay. Warte mal. Wenn ich das jetzt so. Dann. Ja. Eigentlich ist das wurscht. Das ist eigentlich echt wurscht. Okay. So. Jetzt haben wir genug sortiert. Ich würde irgendwas machen. Ist weg. Okay. Auf geht's. Nein. Drei Häschen. Mann. Überbevölkerung von Häschen. Okay. So. Dann machen wir jetzt. Noch. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee. Stimmt schon. Gut. Gut. Ah. Okay. Uh. Sternschnuppe. Oh. Gleich zwei. Autsch. Das musste natürlich sein. Das musste. Oh. Gut. Oh. Es ist schon wieder hell. Nein. Nein. Das heißt. Okay. So. Und wie geht's euch heute, Leute? Ich hoffe gut. Denn das wäre wünschenswert. Äh. Okay. 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 Wartet mal. Wartet mal. Ganz kurz. Ganz kurz. So. Jetzt wirklich. Ja. Jetzt wurde. Also. Ei. Oi. Tut mir leid für diese Unterbrechung. Naja. Also für euch war es ja wirklich keine Unterbrechung. Für euch war es eine Millisekunden Unterbrechung. Für mich war es eine drei Wochen Unterbrechung. Nein. 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 Man hat nach mir verlangt. Nach. Meiner Persönlichkeit. Nach meiner Wenigkeit. Und deswegen. Ja. Tut mir leid. War keine Absicht. Ach. Komm. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt tun wir gleich mal unser Schildchen ausprobieren. Uh. Ja. Ich will es ausprobieren. He. He. Autsch. Das musste natürlich sein. Mensch. Das könnte echt ein bisschen besser sein. Diese Raketen. Na. 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 Oh. 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 Ich habe meine Flosse gar nicht mehr. Naja. Okay. Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es echt egal. Irgendwie macht diese Musik im Hintergrund. Da bei Tag macht die. Die macht irgendwie voll fröhlich. Finde ich. Oh. Und. Und. Oh. Göttlich. 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 Das ist echt cool. Na. Na. Schon wieder so ein Ding. Na. Naja. Lass mich in Ruhe. Habe ich jetzt. Uh. Ich habe. Wieso. Wieso habe ich eine verdammte Goldmünze in meinem Inventar. Okay. Das ist unnötig. Das ist echt unnötig. Aber. Oh. Was zum Teufel. Bist du denn für ein Viech? Okay. Eine A. Ein Ameisenlöwe. Was ist eine Ameisenlöwe? Nein. Ein Ameisenlöwe. So. Okay. So. Das ist. Ich glaube. Ich glaube. Theoretisch wäre es doch richtig cool. Wenn ich. Wenn ich mir daraus. Mein Haus mache. Oder? Na. Ne. 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 Verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Das ist uncool. Okay. Los. Ja. Stirb. 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 Ja. Gut. Aha. Da ist ja. Da ist ja noch eine. Ah. Ah. Okay. Okay. Stirb. 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 Wie wäre es, wenn irgendjemand für mich so eine. Äh. Wie wisst ihr schon. So eine Münze. Ich gehe einfach drüber, als ob es vollkommen egal wäre. Ah. Ah. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gott verdammte Hacke. Gott verdammte Hacke. Stirb. 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 Ui. Okay. 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 Ganz ruhig. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz. Ehrlich. Das ist so uncool. Okay. Da unten ist ein Schleim. Da unten ist ein Schleim. Ich brauche ihn. Ich brauche den Schleim. Ich brauche den Schleim. Ich brauche den Schleim. Stirb. 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 Ja. Gott. Stirb. Stirb einfach. Lass mich nur. Verdammt. Ich bin gleich tot. Das ist so uncool. Nein. 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 Okay. Ganz ehrlich. Ganz ernsthaft. Ganz ernsthaft. So. Okay. Federsturzdrank. Wahnsinn. Flammenpfeil. Und. Uh. Der ist ja noch cooler. Der ist ja richtig cool. Okay. Dann tun wir den jetzt mal hier. hin. Theoretisch. Können wir den mal hier hin machen. Keine Ahnung. So. Dankeschön. Okay. Schauen wir mal weiter. Ich wäre sehr verbunden über. Okay. Wie, wie, wie. Ah, ah, ah. Okay. Stirb. 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 Danke. Okay. Stirb doch einfach. Lass mich doch einfach in Ruhe. Okay. Kommt her. Kommt her. Los. Kommt alle her. Kommt alle her. Kommt alle her. Ja, ja, ja. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Warte, wisst ihr? Wisst ihr? Jetzt mal. Okay. Stirb. Oh. Ist ja cool. Ja. Oh, oh. Stirb. 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 Okay. Das ist. Okay. Stirb. 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 Ja, gut. So. Gut. Ne, jetzt lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Okay. Gut. Das ist cool Jetzt Okay Okay, stop Okay So Nein Warte, warte, warte Jetzt, 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 jetzt Kommt das Ding zum Einsatz Genau das Und nichts anderes Äh, was brauch ich denn gar nicht jetzt hier Na, ja Okay, das ist zwar ein sehr bekömmliches Licht Ein sehr bekömmliches Licht Oh Oh, guck dich mal an, was wir hier haben Cool Hey, hört ihr Oh, ha Okay Okay, stop Hörst du, auf, da drauf zu treten Hörst du, aus Okay Ihr habt mich Okay 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 Seid leise, seid leise Okay, 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 okay Oh, wirklich Hey, ich hab nur einen Schlüssel gehabt Cool Ein Murasama Was ist Was ist das denn? Schaut aus wie ein Schwert Keine Ahnung Habe ich noch einen Schlüssel? Zufällig, oh, ich hab noch einen Schlüssel Oh mein Gott, das ist cool Hey, das ist geil Das ist echt cool Okay, so Oh, perfekt Eine Oh, eine Facke Kein Flammenfall Das Noch ein Kobalt-Schild Geil Und ein Wurfmesser Cool Okay, sonst noch irgendwas cooles? Nö, da Nö, schade Warte, tut es eigentlich Nö, nö Oh Komm her Okay Komm her Ah Okay Okay So Ah, da geht's ja gar nicht weiter Schande Schande Uh Hier geht's weiter Ist das echt uncool? Das Oh mein Gott Oh Gott, das ist Okay, das ist Okay Das Das ist zu episch Zu episch Zu episch Zu episch Okay Ach, eine Goldmünze nur Na gut Komm 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 Wir machen Pause Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, euch gefallen Und würde mich freuen Beim nächsten Mal wieder bei Terraria dabei sein Mein Name ist Ben Und ich sage Für heute Auf Wiedersehen Tschüssi